Der Champ ist hier, der Champ ist hier, der Champ ist hier, der Champ ist hier, der Champ ist hier. Skepta ist so ein Typ, der kann so während, wenn du deine Frau jetzt geheiratet hast, jetzt, kann er die noch klären. Das will ich auf dem Festival sehen, ja. Bitte gucken. Da ist er. Hab uns einig! Also, Splash, ihr müsst zwei Sachen wissen. Erstmal, Roos ist krass. Erst, zweitens, dieses Wochenende Splash, wo wir jetzt da waren, ist nicht offiziell das richtige, richtige, richtige Splash. Es war ein Zusatzmaterial, Splash. Das bedeutet, mit anderen Worten, das Haupt-Splash, wo jetzt ein Jahr, zwei Jahre lang Tickets für verkauft wurden, ist das kommende Wochenende. Dieses Wochenende hat man so gesagt, ey, es sind so viele Tickets verkauft worden, komm, wir reißen ab, machen noch ein Wochenende. Und deswegen, sag mal, waren auch jetzt nicht so viele Tickets verkauft, wie beim nächsten, das nächste ist ausverkauft. Das war jetzt Zusatz. Und, äh, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Splash war auch thematisch mehr New Wave, mehr Richtung, ich würde sagen, trappig, New Wave auf jeden Fall. Sehr gute Leute auch gesehen. Ich denke, Leute, die die nächste Zukunft, die die Hip-Hop, Hip-Hop-Zukunft sein werden. Und, äh, das muss man schon sagen. Es sind ein paar Leute da gewesen, die haben abgerissen, muss man sagen. Waren auch ein paar Leute, wo ich gedacht habe, so, machen die Haaren-Söhne da? Haaren-Söhne. Sie Bries! Meistens, wo ich so, bei Amis, wo ich so, wirklich, bei Amis, ey. Nicht alle, nicht alle, aber, boah, Junge, Alter. Ja, enttäuschend. Aber reden wir gleich darüber. Nur, dass ihr wisst, kommendes Wochenende wird richtig geil. Alle unsere Freunde sind da. Alle, ganze Hip-Hop-Deutschland-Family wird da sein. Da freue ich mich drauf. Ich werde viele Leute da hingehen. Ich werde viele abstechen, beleidigen. Ich werde mit vielen Streit anfangen. Savas ist da, da habe ich keinen Bock. Viele sind da, auf die ich keinen Bock habe. Ich gehe dann trotzdem dahin jetzt. Ich werde mit Savas auf Englisch ein Interview machen. Vielleicht. Wenn er will. Vielleicht, wenn er überhaupt genug Englisch kann. Er hat ja früher angeblich auf Englisch gerappt. So, ich werde viele beleidigen. Ey, soll ich euch mal was sagen, Freunde? Wer von euch war denn auch da? Vielleicht können wir ja zusammen irgendwie lästern. Also, Luciano abgesägt. Richtig krass. Live Luciano hat, ich weiß nicht mehr, war das Samstagabend, Luciano? Boah, ey, ey, würdiger, Luciano, würdiger Mainact. So ein Stummstück, oder Freitag, weiß ich jetzt nicht mehr. Einfach hektisch. Luciano, hektisch. Oh mein Gott, ja. Was war noch richtig krass? Young Huren. Ey, wenn das jetzt ein YouTube-Highlight-Video ist, kommt jetzt meine Story? Ich hab keinen 듬뿍, doch bin ich gliedin', Eier b Grande des Kan und der ganze blow auf dem Podcast haben sie Young Hohen, wenn ich ein Festival mache, muss ich Young Hohen buchen, zweimal, morgens und abends. Also, Young Hohen, wer meine Story gesehen hat, weiß, das ist krass, das war krass. Ich wünschte, es werden mehr Leute da noch und so, aber gut. Ähm, ja, 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 Showtime schreibt, Showtime schreibt, weil er aber mehr New Wave Rapper gesehen hat, als die alten Hasen. Ja, ja, das nächste Wochenende ist mehr so die, sagen wir mal, das, was man gewohnt ist vom Splash. Dieses Wochenende war extrem auf Newcomer, New Wave, so hat ich zumindest das Gefühl. Zum Beispiel, wisst ihr, was mir gar nicht gefallen hat, war Roddy Ricch. Hey, der sieht gut aus, der ist fresh, Ketten, Metten, das, das. Und wenn sein Song kommt, okay, okay. Aber sonst, keine Energie, viel zu leise, alles, alles, er hat sich nur gebackt. Du hast einfach, hätte, oder hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich gesagt, wer ist das? So, ist der absolute Null, dann hat er eine Aktion gebracht, da hast du gedacht, bro, welches Crack hast du gebackt? Pass auf, er ist der letzte Act. Es ist schon kalt, es war, Samstag glaube ich, es war schon wirklich kalt, abends war kalt. Die anderen Tage war übertrieben heiß, aber an dem Tag war richtig kalt. So, hab ich auch bereut, ich war mit kurzen Hosen und so. Also alle, ich glaube alle Festival-Leute haben Erkettung bekommen, wie ich auch, Stimme im Arsch, alles. Er geht von der Bühne runter, plötzlich. Alle machen Zugabe, Zugabe, alle so eigentlich muss Zugabe, weil, was macht er da? Okay. Okay, die Hälfte der Zuschauer geht, Licht geht an, es ist ja nicht vorbei. Zehn Minuten. Ich bin auf diesem überdimensional hohen Kran. Shoutout an Ron, die uns hochgebracht haben, auch Shoutout an die Leute von Red Bull. Wir haben nämlich auf dem, Red Bull hat nämlich so ein Dings gehabt, so auf einem dieser Krane oder wie nennt man sowas, Mann, auf diesen Garzweiler 2 Maschinen, ihr wisst, diese Shoutout an Steak, diese Maschinen, womit man früher Kohle aus dem Boden, Kranauis, danke Mann, aber nicht, so Kranauis, auf diesen haben die oben so einen richtig geilen Posten gehabt, mit so Red Bull-Stände, so eine, das war die Red Bull-Ecke, Shoutout auch an Hengst und Marcel Schreiber, schöne Grüße und an Roy, die uns da auf die Afterparty geholt haben, an die Unforeseen, mit diesem Spiegelgebäude, auch richtig geile Aktion, ey, das war alles geil. Auf jeden Fall geht er so runter auf Kranaui, dann Leute gehen, Licht geht an, dies, das, es ist vorbei, Festival ist over, okay, 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, ich rede schon mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Themen, auf einmal kommt der wieder auf die Bühne, auf langsam und dann kommt sein, er spielt nochmal seinen Hit, es waren nur noch die Hälfte Leute vor der Bühne und alle schon so, ey, der kommt nochmal, boah, hinlaufen, boah, ne, ich bin besoffen, ey, er war wirklich kurz vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war der kurz, äh, was, weiß ich nicht, Alter, Basen, ich weiß nicht, was diese Leute so machen, vielleicht kurz noch FaceTime, ich weiß nicht, was hat der gemacht, der war 10 Minuten, ey, wirklich jetzt, ich meine das jetzt nicht, ich übertreibe nicht, aber so eine Minute weg, ich so, wir haben übertreiben, glaub mir, jeder, der da war, soll sich das runterschreiben, er hat, er war kacken oder so, aber dann, wenn du kacken gehst, ist in Ordnung, verstehe ich, ah, ich muss mies scheißen, ich komme gleich, so, mach Ansage, sag, ich komme, er geht einfach runter, das war ganz schlecht, bei Roddy Ridge Enttäuschung, sorry, ey, hör auf, hör, mach zu, hör auf, so, richtig gut waren dagegen, ähm, was war denn nochmal richtig, richtig gut, man, es ist zu viele Eindrücke, Leute, ich muss langsam mich sammeln, hä, Vega war nicht gut, Vega und Boska war nicht gut, haben wir live gesehen, kommen hier Storys hier rein, ich kann euch hier zwei Storys reinschmeißen. Doch es geht nicht, immer wenn es regnet, es beide Welche regnet, immer wenn die Sonne nicht zu sehen ist, ich muss dich vergessen, doch es geht nicht, immer wenn es regnet, Dankeschön, das Blech. Ähm, ja, Katja, ey, Katja Krasowitsch, Leute. Es ist unglaublich, wie diese Frau unterschätzt wird, wie die einfach ihre Leute im Griff hat, die Crowd im Griff hat, ich hätte mir bei ihr mehr gewünscht, dass ihr DJ mehr abgeht irgendwie und, ah ja, die Stars, so mein Gefühl, hat ihr gar nichts gemacht, aber gut, vielleicht mögen die das auch so, ich weiß es nicht. Katja wird auf jeden Fall unterschätzt, sie hat auf jeden Fall, ähm, Playground-Bühne gut abgerissen, war auch letzter Eck um diese Zeit. Ich weiß, ich seh schon, ey, ich seh schon, äh, Busy wird hier, äh, Katjas Musik, ihr feiert das nicht, aber das müsst ihr nicht feiern, um dass ich trotzdem sagen kann, dass sie abgerissen hat. Ähm, ich muss sagen, diese neuen Leute, äh, Pascha, Nikan, kennt ihr Nikan? Hab ich gerade im Auge, ist wahrscheinlich, oder ich hoffe für ihn, dass der nächste Shit ist. Waren BHZ da? Ja, auch BHZ war da. Diese 90210. Wie heißen nochmal diese 90210, Leute? 11099. Dann waren noch so drei Mädels oder zwei Mädels und ein Typ, wo wir auch nicht wussten, wer die sind. Gila Dilla oder sowas. Auch nice. Ey, diese Leute, ne? Pass auf, diese Leute, die alle so ein bisschen ähnlichen Mucke machen, alles war ab Tempo, sehr auf so hausige Beats, äh, die haben gut abgerissen. Das passt so krass zu Festivals. Ey, Leute, das kann ich nur sagen. Ähm, kann man kritisieren, dass nicht immer alles live ist, weil die, die, das andere Style einfach, die backen sich dann teilweise einfach nur selber. Aber, muss man sagen, nicht jede Mucke eignet sich halt für den Durchrap, sondern es ist aber auch Party. Das, äh, schätze ich schon. Also, ich muss sagen, äh, ist jetzt, ich erwarte das nicht, dass jeder das komplett da durchrappt. Ist nicht jeder für mich auf, ist es einfach, äh, nicht jeder so, von der Musik her, so, dass ich erwarte, dass der jetzt so durchrappt. Ähm, das gibt einfach Party-Mucke. Und ey, ganz ehrlich, ne? 23 Uhr Splash. Meinst du, einer hört noch irgendwas? Du hast Hörsturz? Besoffen, das geht nicht mehr. Es gibt nur einen Menschen, der da wahrscheinlich rumläuft, der das alles noch voll original checkt, das bin ich. Weil ich ja nix trinke. So. Klar, Vega und Bosca rappen durch. Ähm. Ähm. Ja. Äh. Ja, Bordello, das habe ich gerade schon erklärt, warum das so ist. Bordello schreibt, war aber nicht so richtig voll dort wie sonst. Ja, das ist das zweite Wochenende sozusagen. Das war das Zusatzwochenende. Nächstes Wochenende ist ausverkauft. Und ich sage euch ehrlich, ich fand's schon cool irgendwie, dass das nicht so ganz so voll war. Weil, guck mal, ich war jetzt zwei Jahre auf nix mehr. Und auf Festival. Ey, Leute, das war schon richtig gut. Das war so ein Soft Opening. Auch für mein Gehirn. So viele Eindrücke, so viele Menschen. Boah. Digga, ich musste langsam, langsam wieder reinkommen, so weißt du. Also deswegen war es schon nice. Ähm. Wird Tanga Abriss. Guck mal, zum Beispiel Harry BVB schreibt. Ähm. Die Entwicklung ist aber falsch, finde ich. Die Mehrheit sollte schon sehr gut live spielen können. Naja, es ist, es ist, würde ich ja gar nicht sagen, ganz ehrlich, ist gar keine Entwicklung. Wenn du mal guckst, zum Beispiel, ähm, also es war schon immer so, dass es gewissen Rap-Style gab, der nie einfach live war. Da wurde eher mehr gebackt und da ist einfach, es ist einfach Party. Es ist einfach so. Es eignet sich einfach nicht alles für live. Aber gut. Der Schwamm drüber. Ähm, ja, Mixi mit Cloud. Natürlich Mixi mit Cloud. Shoutout an die beiden. Ich war gerade da bei Mako. Hier in, äh, in, wo ist das irgendwo in Berlin da? RAB Gelände. Skate, Skate Park. Da waren wir gerade. Da haben uns den Mako angeguckt. Auch jemand, wo ich denke, ja, der fährt auch diesen neuen Swag. Diesen ganz neuen, diesen, also was heißt neu ist auch schon, ich meine so neu, aber diese ganzen neuen Leute, Alter. Finde ich echt gut. Diese Leute haben ihre eigene Bewegung, ihre eigenen Leute, ihre eigenen Moves, eigene Zahnlücken. Es ist chillig, Mann. Es ist in der Nähe der Warschaustraße, ganz genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, A$AP Rocky. Genau, A$AP hab ich gesehen live. Äh, sag mal so, A$AP ist natürlich geiler Typ. Cool. Alles gut. Ey, live war ja auch Stimme und so. Viel besser als ich in die letzten Jahre gesehen habe. Ich hab A$AP schon sehr oft gesehen, muss ich sagen, leider. Er kam aber ganz komisch mit einem Visual rein. Leute, er kam mit einem Visual, also hinten liefen Bilder von 9-11 und hast du nicht gesehen, so chaotische politische Situationen, Sachen, Chaos, Katastrophen und Dings. Ach Gott, Alter. Only Fans, so viel Fans. Ich glaube, ich bin Millionärin. Beste Orgum. Katja hat wirklich, Katja hat die Schmerzgrenze auf dem Splash einmal kurz ausgetestet. Dicker. Dicker, 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 die Leute, Alter. Ich hab mich echt gewundert. Wie die wirklich krass, es ist einfach so krass, wenn du als Frau so sexy angezogen auf die Bühne gehst mit so einem Booty und diesem Look, den sie halt hat und die Leute dann ausziehen, ausziehen und so schreien. Ey, das ist nicht so einfach, das im Griff zu kriegen. Dicker, dicker. Frauen haben es anders schwer, wenn die Leute schon um ein Uhr oder halb zwei Uhr oder das schon nicht mehr gerade ausgehen können. So. Tschüss. Ganz kurz, was wollte ich sagen? ASAP hatte komische mit Gitarre, mit Gitarre haben die so verzerrter, mit einer verzerrten Gipsen-E-Gitarre haben die die nationalhymne, amerikanische nationalhymne gespielt. Bisschen erinnerte mich das an Jimi Hendrix, der das mit seinen zehnmal gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Kritik an der ganzen Politik Amerikas war, aber die Bilder waren wild und verstörend. Passt aber irgendwie insgesamt ja nicht zu seiner Mucke, finde ich irgendwie. Keine Ahnung. Aber okay, dann hat der Skeptor auf die Bühne geholt. Dann haben die noch so erzählt, ja, wir haben ja gestern Abend einen Song gemacht, den wir spielen jetzt. Ja, ich habe mir auch gedacht, Bruder, spiel doch einfach den Song. Erzähl mir doch nicht irgendeine Scheiße von gestern Abend. Lüge doch einfach nicht. Wir haben dieses Promo gelabert. In fact, we just recorded it like, yeah, like, yeah, like, the day before. Nah, Bruder. Skept mich nicht an. Skept mich nicht an. Ich glaub's dir ja. Skeptor Live war übrigens, das war, das war geil, mal den so live zu sehen. Ich muss sagen, nehmt nicht eure Freundin zu Skeptor Live Auftritt. Geht nicht so nah ran, wenn du mit Freundin da bist, oder? Scheiße. Skeptor ist so ein Typ, der kann so während, wenn du deine Frau jetzt geheiratet hast, jetzt, kann der nie noch, kann er die noch klären. Das ist Skeptor. Oder Spekter, oder Skeptor, oder skeptischer Spekter. Das geht nicht auf sein Konzert, ich sag's euch ehrlich. Geht nicht auf Skeptor Konzert mit Freundin. Das ist, äh, anstrengend. Ruse, mach ein Ruse-Tival. Bitte eigene Festival mit DJ von dir und Connection, so ein miese Mampfen. Leute, wenn ich mal ein Festival auf die Beine stelle, ne? Ruse in Park, nenn ich das. Ruse in Park. Dann werden nur hektische Leute auftreten. Es wird Getränke und Essen alles mehr kosten als woanders, weil wir wollen das spenden, das was mehr Geld reinkommt, eine Selbstkostenkiste. Es wird nur Köche aus Bangladesch geben, die ein Euro die Stunde verdienen und ihr eigenes Essen selbst zahlen müssen. Was aber europäische Preise hat. Das ist klar. Also gut. Ja, was haben wir noch irgendwas? Also es gibt natürlich auch Sachen, die ich gerne kritisieren würde und zersägen würde. Ihr kennt mich ja. Aber ich will der ganze Sache nochmal ein Auge erstmal geben und nächste Woche abwarten. Ich werde erstmal nächste Woche abwarten, weil das ist ja dann das so genannte richtige, richtige, richtige originale Splash. Das werde ich mir auf Lunge ziehen und dann werde ich euch noch Feedback geben. Live. Jo, wer auch Todes abgerissen hat, war Bad Mom's Day. Ey, hat die nicht Todes abgerissen? Das ist Wahnsinn eigentlich, wie die Leute ihre Texte können und wie die abreißt. Also, die hätte locker auch die Mainstage ficken können. Ich schätze nur, dass das Booking einfach schon lange her ist, bevor sie so big abgerissen ist. Big up gerade abgegangen ist, weiß ich alles. Dann haben wir gesehen, war sehr interessant, war Tilo live. Tilo fand ich auch sehr interessant. Mit einfach hektisch vielen Leuten auf der Bühne, diesen Swag, also diesem Film, den die fahren, haben die da auch gut rübergebracht, finde ich. Ich finde, diese neuen Leute, ich watche die alle. Yo, Casimir war live da. Ey, ihr müsst wissen, das ist jetzt nicht so, dass ich Casimir die ganze Zeit höre, ne? Aber ey, der ist wirklich geil live. Ey, ganz hektisch. Hat jemand zu mir gesagt, Casimir ist so ein bisschen so Casper der Neuzeit wegen dieser Kratzstimme. Er macht so irgendwie Hip-Hop, aber ist eigentlich auch sehr rockig. Ich würde sagen, ja, war richtig geil. Er hat die Hauptbühne zersägt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Der meinte, dass Mies Wack war, weil er kaum gerappt hat. Flow? Welcher Flow denn? Bei Flair im Call? Also Showtime schreibt, Casimir ist wie 6ix9ine. Eigentlich rappen die schon sehr unterschiedlich. Vielleicht erinnert so ein bisschen diese Jugendlichkeit und dass sie so eine Kratzstimme, ein bisschen kratzigere Stimme haben, aber wenn ihr genau hinutzt, eigentlich also gar nicht gleich eigentlich. Eigentlich gar nicht gleich. So. Ich denke, das war es erstmal. Die Leute waren gut drauf. Die meisten Fressbuden, wir haben ein paar Fressbuden getestet. Muss ich ehrlich sagen, die Quali war echt gut. Da war sogar ein Kaffeeladen, so in so einem, also eine von diesen Ständen war sogar so ein Barista-Kaffee. Und das war richtig guter Kaffee, Alter. Ey, ohne Spaß. Normalerweise denkst du ja auf so einem Festival, die geben dir die, ihr wisst schon, ja, ne, 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 ne. Gib mal 8 Euro, da scheißen die mal kurz rein, dann verkaufen die dir das als Kaffee. Aber das war überhaupt nicht so. Sogar, ich habe ein Cappuccino mit Hafermilch bestellt und der Dude, schöne Grüße an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das siehst. Die haben einen Kaffee-Laden noch in Berlin. Der hat mies, diese Ich habe nicht so viel Ruß, Alter. Na. Hat der nicht gut gemacht. Also er war schon echt, muss ich sagen, war nice, muss ich sagen. Guter Kaffee. Wir haben Burrito getestet, zwei Burrito-Läden. Beide, würde ich sagen, im Bereich von okay. Ja, ein bisschen teuer auch, aber für so einen kleinen, wie nennt man das? Ist das ein Burrito-Sandwich? Ja, ne. Aber es ist Festival-Kurs. Von daher okay. Und vom Rahmen her waren die, eine befriedigend, würde ich sagen, für beide, oder? Der zweite war, denke ich mal, drei plus. Der erste war so, ey, beide waren okay. Okay, waren wirklich okay. Dann haben wir Pommes. Klar, kannst du nicht viel falsch machen. Pommes war okay. Was haben wir denn noch so gegessen? Was haben wir so getestet? Sag mal. Oh, wir haben diese Waffeln. Da war eins, ein Laden. Boah, das ist so geil, dass ich euch das alles sagen kann. Und ihr könnt theoretisch kommendes Wochenende hin, weil das ist ja sonst immer ein Jahr später, dann vergisst man ja alles. Also dieser Waffelladen ist geil. Jetzt bewaffel dich, heißt der Laden irgendwie, bewaffel dich oder sowas. Ey, wir haben da so ein Waffel mit Oreo-Schokoladen-Moped-Mix da drauf. Ey, Junge. Wir beide mussten danach zum Sanitäter, ey. Zuckerschock. Boah. Komplett Zuckerschock. Ja, war schon geil. Dann gibt es Wasser für alle die ganze Zeit. Trinkwasser free die ganze Zeit. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Es war anders heiß. Dann Toiletten, Sanitäteranlagen, dies, das, würde ich sagen. Alles top. Alles top. Das war alles top, ne? Dann, ähm, stellt man noch so Fragen. Ich weiß gerade nicht. Was wollt ihr denn noch wissen? Basketballkörbe, so zwei Stück. An so einem Hennessey-Stand, so einem Basketballkopf. Wollte ich hingehen, so ein bisschen so, äh, man kann auch werfen. Dann waren da so zwei, drei, vier, fünf Typen mit Oberkörper frei, mit kurzer Hose. Haben die so ein bisschen gedribbelt, so drei gegen drei gespielt. Dann habe ich mir das von Weitem angeguckt und die waren richtig, also die waren richtig gut einfach. Die waren richtig gut. Dann habe ich die von, also in meinem Kopf habe ich die dann so beleidigt. In meinem Kopf habe ich die so beleidigt, so. Und dann bin ich nicht reingegangen. Sag, klar. Meinst du, ich gehe da hin, blamiere mich mit meinem Fettbauch? Da war so ein Typ, der hatte so viel Sixpack. Junge, da habe ich mir gedacht, ob der nochmal was anderes in seinem Leben gemacht hat, als das zu trainieren. Aber okay. Fuck it. Kennst du so Sixpack schlecht reden? Ich rede sein Sixpack jetzt schlecht. Egal, auf jeden Fall war nicht so krass. Trinken zu viel Händnis, egal. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, vom Besowski-Level her war es voll okay. Hatte ich schlimmer in Erinnerung. Aber wir haben auch keinen Zeltplatzrundgang gemacht. Dazu kam es gar nicht. Vielleicht kommen wir das Wochenende machen. Unneedlyter Rules wurde so oft angequatscht. Und Dinges schreibt hier, wo schreibt das gerade einer? Gerade schreibt noch jemand, ey, also, out of order, schreibt, wie weit kamst du, bis einer ankam mit Taylor Rules? Also, wenn ich das jetzt erzähle, heißt es nicht, dass ich mich darüber abfacke. Ich freue mich ja. Man macht den ganzen Scheißjahr, weil man gerne erkannt werden will, weil man Fame sein will. Ist ja klar. Man ist ja Rampensau. Ich bin auch Model. Ich bin auch schön. Guck dir die, ey, Blair Voice, guck dir dieses Gesicht an, ja? Nein, deswegen, ich erzähle das, aber es ist nicht böse gemeint. Aber ja, es hat natürlich, wie lange hat das gedauert? Gar nicht. Ich bin aufs Feld gekommen. Ich bin mit dem Auto. Du musst auf so ein Riesenfeld. Da stehen tausend Autos und am Ende ist eine so eine Box, da steht drauf, Artist, Media, Gäste, und da gibst du deinen Ausweis ab. Die gucken, in was für einem Bereich du bist. Dann kriegst du verschiedene Bänder. Schon da fing das natürlich an. Und dann wusste man natürlich, Ruth, ey, da wusste ich natürlich, the champ is here, the champ is here, the champ is here, the champ is here, nee, aber ja, klar, Mann, ey, ist doch klar. Die Leute erkennen mich. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Ruth, ich bin Star, ich bin Fame, ich bin hübsch, ich bin Model. Ich bin ja auch zu Rolly Rich nachher, hab den auch runtergeholt. Hab sie gesagt, die kann mich erkennen, Leute schon am Media Zelt. Wer bist du? Ganz ehrlich, ohne diese ganzen goldenen Ketten, ne? Und ohne diese ganze Prada, Ma Prada, Givenchy, Klamotten, ne? So. Komm mit mir, wir laufen mit Rolly Rich einmal auf dem Festival. Wollen wir sehen, wer wie viele Selfies macht. Was denkst du, was denkst du, Wilhelm? Mit Rolly Rich, ohne Goldketten. Ich laufe mit denen alleine übers Festival. Wer macht mehr Fotos? Ich sag ganz ehrlich, Alicia Keys, ne? Hab mich mal bei Instagram, die mir mal geschrieben, ob ich PR mache für ihr neues Album. Nein, alles gut, Spaß. Also ja, klar, erkennen dich da immer die Leute und viele Leute, aber macht ja auch Spaß. Es war dieses Mal aber angenehm. Also wahrscheinlich, weil es halt noch nicht so voll war. Die Leute haben einen angenehmen Abstand. Vielleicht auch wegen Corona. Es war noch nicht dieses besoffene, übertriebene, schon so im Arm nehmende, ableckende, im Ohr rein sabbernde. Das war es nicht. Das war eigentlich sehr angenehm. Alles cool. Ähm, ja. Sonst würde ich sagen, wer war denn noch mal, wer war, was war denn noch mal richtig scheiße? Ne, eigentlich war alles cool. Ey, wir haben so einen Durchfahrtschein bekommen, das war wirklich die halbe Miete. Wir konnten mit dem Auto so quasi fast ins Festival reinfahren. Das kannst du normalerweise nicht. Normalerweise musst du wirklich zwei Kilometer draußen parken und dann da hinlaufen. und das wäre bei 100 Grad ist das schon wirklich anstrengend. Deswegen Shoutout noch mal an die Leute da, die uns, sagen wir mal, wirklich diesmal, diesmal, zum ersten Mal, herzlich empfangen haben. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr angenehm. So. Ähm, mit Mietwagen im Moshpit. Boah, Valleyboy schreibt, was gefällt dir besser, Splash oder Frauenfeld? Boah, das ist nicht, du kannst diese beiden Sachen, es ist Äpfel mit Birnen, kannst das nicht vergleichen. Wirklich, das ist total verschieden. Frauenfeld ist einfach, erst mal, es ist enorm größer. Dann ist es ja so, dass beim Frauenfeld locker 30 oder 40 Prozent fast, ich würde sagen, ein bisschen mehr als hier, die sind schon deutsch, aber viele, viele, viele Leute kennen mich da ja gar nicht. Da sind ja Franzosen auch da. Vergiss dich, das Dreiländereck. Die haben da viele, viele Amis. Zum Beispiel Eminem da steht, da kommen alle Leute aus Frankreich, aus Teilen aus der Schweiz, die unsere Sprache gar nicht sprechen, die sprechen andere Sprachen. Deswegen ist Splash-Theorie, in der Theorie, 100 Prozent Family. Ich sage immer, Splash is Family. Da ist ja, kein Mensch ist ja da, der nicht weiß, was wir machen. Die wissen, ah, das ist der eine, der Interviews macht, so mäßig. Das ist Family einfach. Das sind ja teilweise sind da die Leute, ihr seid hier drin, die sind bei Hip-Hop-Day. Das ist unsere Bubble, würde ich sagen. Unten ist ein paar Prozent halt, wie gesagt, 20, 30 Prozent, die wissen überhaupt gar nicht, was wir machen. Weder ich, noch Aria, Hip-Hop-Day. Das ist halt für die anders. Deswegen, das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Aber der ist, ja, es gibt große Unterschiede. Ich würde keins davon missen wollen und deswegen solltet ihr auch auf beiden auf jeden Fall auch mal gehen. Shoutout an Steak, Pate gegen den Chat. Nein, Spaß, die geben mir nix. Deswegen, kein Shoutout an Steak, Minus Shoutout. Shoutout zurück von Steak. Ich zeige euch kurz mal was jetzt zum Thema Young Horn. Gerade ein Mini-Tik-Tok nur. Das mal zum Thema Young Horn. Boah, Junge, Alter. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Okay? Ja, es geht nicht. Hey, zu krass, Mann. Das ist diese Abgehend-Filme. So, jetzt mal kurz, was ist denn jetzt hier mit den anderen? Ja, das war jetzt Young Horn. Ja, das ist nicht so krass. Dings ist krass. Dieser andere Dude ist krass. Achso, ja, stimmt. Dann hat er noch plötzlich als Special Guest ganz aus dem, auch, das ist auch Neuzeit-Ära, Freunde. Jemand, den man im Prinzip nur von TikTok kennt und die man gefühlt erst seit gestern quasi kennt, ist da auf der Hauptbühne. Das ist auch, das gibt es ja auch nicht alle Tage. Zieht euch das rein. Zieht euch das rein. Ja, leider kommt das jetzt hier nicht so krass rüber, aber es war wirklich, das war schon, das ging schon sehr ab da. Das ist dieser Track, der auf Dinge so krass abgeht. Habt ihr das mitbekommen, diesen Track? Wie heißt der Track nochmal? Hä? Wie? Benzin? Ohne Benzin. Ja. Diese Ein-Song-Situation. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt die ja nochmal wieder mit dem zweiten Song. So, Uzi, nochmal ganz kurz, das ist Festival, Leute. Das will ich sehen. Das will ich auf dem Festival sehen, ja. Lille Uzi World. Am abchecken. Junge, 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 Junge. Mach nicht die Versicherung für ihn. So, das kurze Festival, Eindrücke nochmal. Deu drinks mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020